da wo ist die kiste und die auch nö okripo hallo normal ist die neuen creeper kämpfen kann hey achat richtig dort hat er mein schwertig kaputt die künft kann er ja mit ihr und das kann er leisten hast du um einsteck und 21 schlecht das nicht durch gar nichts also ich behalte es jetzt auch für mich du kriegst nix so und scheiße von mir für dich und die strahlte ist ja okay ich helfe und ist ein russen bücher was das sind russen russen bücher baten gut müssen wo ist schade dass sie sieben eingegeben hat als schatten nach so ein pech einelden und meisenbraten kakala doch noch einmal eingeben das ist der nachteil m nur noch die kreft hoch wenn die vorliegenden kartoffel kam eine kartoffel er hat er will Kartoffel, Kartoffel! Kartoffel! MEIN SCHWERT! Oh, 3 Herzen! Ähm, Problem! Ähm, Problem! Hallo, Problem! Ne, ne, ich muss mir erst nen Schwert machen! Ah! Sie ist bei mir! Oh, Scheiße! Geh weg! Ich brückel das mit der Schaufel kaputt! Ja, gib ihm los! Jawoll! Ich brauche Essen! Energies ist genug Essen! Oh, Essen! Ich brauche Essen! Ich brauche Essen! Komma! Was ist mein neues Schwert? Aus Eisen! Aus Gosseisen! Wir haben ne Kartoffel! Wir haben ne Kartoffel! Wir haben ne Kartoffel! Wisch mal meinen Müll weg, so! Müll weg! Ich baue es gerade Haus! Ich baue ein Zombie! Oh Gott! Ah, Mann, Juli! Nein, Jonas, du baue nichts! Doch, ich helfe! Ich bin der Profi-Bauer! Nein, wir bauen! Wir bauen! Soll ich mal ein bisschen Erde mitnehmen? Ich kann voll Höhen bauen, Mann! Für Stadien und so! Ne, es ist alles! Was sollst du? Ein bisschen Ding mitnehmen! Für deine Ding und Ding und so! Einfach alles mitnehmen! Was?! Hallo, alles mitnehmen! Äh... Äh... Ist jetzt egal! Ich geh wieder nach oben! Sieht voll behindert aus, wenn du springst! Ich weiß! Buste dich! Fick dich! Mit meinem Eisenschwert! Mit meinem Eisenschwert! Mit meinem Eisenschwert! Aua! Ähm... Ey, was ist das? Da habe ich immer noch Kohle ausgegraben! Hm... Du musst echt mal eine gescheite Treppe hin! Ja! Ich baue eine Treppe! Bloß, weil du zu dumm bist! Ich baue eine Treppe durch meinen Job jetzt! Ja, mach das! Okay! Okay, drei Herzen! Gut! Also, Jonas, wir haben jetzt schon mal los! Ey, das ist voll die... Voll die geile Verteidigung! Jetzt, Paddy, du musst mir sagen, wie weit wir das abbauen sollen! Ja, das ist... Jetzt chill mal! Es reicht schon erst einmal! Äh, wer hat den ganzen Stein weg? Ich! Toll! Weißt du, dass ich einen Baum brauche? Stein! Ich brauche auch! Stein! Im Boden und so! Weißt du? Ähm... Machen wir jetzt mal einen Grundriss! Ja, nicht schlecht! Das wird nichts! Du, das ist eine hässliche mit den Kürbissen oben drauf! Machen! Das war von dir! Hä? Was? Was für Kürbisse? Ey, wo ist das ganze Holz hin? Das war Season 1! Das hab ich! Mann! Nimm doch nicht alles mit! Na klar! Mann! Würdest du 90% alles fürs Rathaus drauf gehen! Ja! 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 Ich habe einen Rundskills! Komm mal hier hinten! Äh, Judy, ich hab auch kurz her! Ja! Komm jetzt her! Was? Ausplanen, Schneebälle sammeln! Komm jetzt her! Geh weg! Aua! Ja? Nein! Ja, was? Die Bälle weg. Ich hab nur zwei. Du hast noch mehr. Soll ich das hier hinten auch noch weiter ausbauen oder nur so eine gerade machen? Wie meinst du das? Ist das hier so gerade oder hier hinten auch noch so weiter bauen? So ein Ausbau meinst du? Ja. Oh, weißt du was ich geil finde? Was? Wenn jetzt hier sozusagen der Eingang ist. Hier so. Und geben wir mal Erde. Dass wir sozusagen, dass wir hier noch ein bisschen, als wir schon noch ein bisschen reingehen, dass wir dann das so machen. Also so nicht, sondern so. So dass wir halt eine große Eingangstür haben. Und dann machen wir so. Was ist ich? Vielleicht so. Und dann machen wir hier so raus. Und das ist auf beiden Seiten genau gleich groß. Und das vielleicht dann nicht so weit nach hinten und dann, oder vielleicht noch ein bisschen weiter, keine Ahnung. Und das, und genau die, so weit wie es hier rausgeht, da drüben auch raus. Und dann würde ich sagen, dass wir dann hier so wirklich ganz schön am Rand zu bauen, also schau mal hier. Und dann hier so hergehen und dann. Ich würde, nein, das, also schon gerade, also schon wie ein Haus aussieht. Weil, wie willst du denn nachher das Dach machen? Ne Ahnung. Dafür bin ich nicht zuständig. Also ich würde sagen, so, in der Größe etwa. So. So. Wie machen wir dann hier so ein Meer oder wie ganz so ein Garten oder sowas hin? Oder wie man es hier ist? Ja, hier ist sozusagen der Eingang. Hier so. Okay. So finde ich es gut. Ähm. Ja, ich habe ja noch schnell zwei breiter gemacht. Ne, jetzt kommt ja drauf an. Wir brauchen ja einen symmetrischen Eingang. Achso. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Guck, das ist ja schon mal, äh, richtig. Ne, wir brauchen einen Dreier-Eingang, oder? Können auch einen Vierer-Eingang machen. Dann machen wir einen Vierer-Eingang. Machen wir einen Vierer-Eingang. Okay, einverstanden. Wir können es ja später noch umbauen. Alter, wie groß wird das? Prost. Oje. Jetzt ist die Frage, wie weit geht es hier rüber? Prost und herzlich. Oder wie weit machen wir es rüber? Mh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, bis zum siebten. Das wäre ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gott. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm. Mann, 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 Klas, Klas, Klas. Äh. Mann, 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 Klas, 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 Wann, Mann, Mann. Wir müssen noch einen weiter. Oder wir verschieben das alles eins nach rechts. da kommt man schon die stelle die eine lage dann da abdeutet nicht lange alter leck rad extremst ja das ist so soне so und 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 so die zugrund sind oder so und so also wie bei der die eigentlichen die die titel so manche jetzt über 1 2 3 4 5 6 sieben 6 müssen auch mindestens zwei malen er müssen er noch ein bisschen weiter mit dem noch umbekommen diese steil machen musste älter also her mit starb und gut scheiße aus warte ich glaube die reihe kannst du stehen lassen pass auf 1 2 ja die reihe kannst du stehen lassen okay du hast gerade geleckt im ts ich hoffe der ts stützt jetzt nicht so man würde ich sagen das ist ja eigentlich in ordnung von der größe jetzt ist nur die frage machen wir den stein noch weg was machen wir den stein hier vorne weg der eigentlich auch nervt ich mache jetzt erstmal kurz das stelle hier